und ein herzlich willkommen auf meinem kanal timo tv wir spielen heute wieder mortal kombat und tja das haben wir lange schon gezockt es ist jetzt wieder zeit also ich muss jetzt mal wieder reinsteigen und so viel spaß mit diesem video so dann gehen wir jetzt auf post annehmen annehmen 5 seelen 5 points da war ja nur schlecht eine scheiße drin soll denn was neues sein so einen holen holen wir oder ja kommt produziert öffnen ich muss knackern ok da war ja mal erst so echt nur scheiße drin ich muss knackern so dann okay Auf jeden Fall schreibt ihr in den Kommentaren was die Gems sich noch aufnehmen sollen. Ich weiß einer hat geschrieben Modern Cobb Art 5, aber da kommt man mit Focken in die Flüchte ran. Ich muss da noch Details runterladen und schaue mich mal für Speicher auf meine Idee, fällt mir gerade ein. Wobei, was denn jetzt los? Was habe ich gemacht? Was denn jetzt los? Start? Oh. Alles klar. Hey, ich war ein bisschen verwirrt, ich habe das lange nicht mehr gezockt. Kassi. Ach. Come on. Warte mal. Zurück. Ach du Scheiße. Ich sehe gerade, da sind ja nur Gold drin. Und. Aha. Ich muss dann erstmal eine verbessern. Ist schon cool. Naja. Wir geben unser bestes. Puh. Oh Mann. Hoffentlich gewinnen wir hier. Auf jeden Fall. Ähm. Ach. Ich wollte arbeiten. Das war echt extrem. Kann ich euch sagen. Verpacken. Oh. Ja. Ich habe das lange nicht mal gezockt. Wie geht das denn mal? Einfach durchducken oder? Oder gibt es einem diesen Tricks? Boah, heftig hier. Ich weiß nicht, ob ich es gibt. Ja, wie geht man ein? Das Wacken ist auf jeden Fall nicht gefallen. Easy. Einfach easy. Ja. Excellent. Geil. Wer hätte es doch gedacht. Ich schreibe auf jeden Fall in die Kommentare, was die Games noch aufnehmen soll. Dann mache ich mir so eine Liste daraus und schreibe mir die dann alle auf. Gucke ich mal. Mit dem Audio, mit dem Tonsaal, das werde ich auch noch alles machen und so. Das dauert ein bisschen noch. Und... Ja... Das abonnieren nicht vergessen. Das abonnieren nicht vergessen. Like nicht vergessen. Und teilen. Das sind unsere Gemüden, die aufbauen können. Boah. Boah, da ist ja mal gewisse Karpz hier. Also... ... ... gut fangen Da sind sie auch wieder, tut mir leid Leute, das Spiel hat total abgestört, meine Henni hat auch irgendwie nicht mehr weitergemacht, tut mir leid Leute, ich hoffe, ich konnte nicht da was zu fallen, um mal zu beteiligen, naja, was soll man machen dagegen, auf jeden Fall Wer von euch vielleicht auch gern spielt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt auf jeden Fall, wie weit ihr seid, werde ich nur hoffen von meinen Plänen Ah, und dann, also mein Handy ist auf jeden Fall schon erst mal runtergefallen, das hat auch unten ein Displayschaden, ein Riss und oben zwei Risse, ich hoffe, das liegt nicht daran, ich hab keine Ahnung, hoffen wir mal nicht, auf jeden Fall, das Spiel hatte in der Zeit kein Internet, aber was nicht stimmt, ich bin mit Wehren verbunden, ich hab keine Ahnung, das wird auf mich vollkommen, ja, aber schon krass, ich fang wieder YouTube an und dann packt schon Spüren, nice, echt, echt nice, auf jeden Fall, ähm, werde ich noch, äh, ich fang schon auf eine COD rauskommt, COD Moobite und ich fang schon auf andere neue Spiele, ich werde auch auf jeden Fall heute noch mal gucken, was für Games neu und richtig gut sind, die laden schon wieder runter, dann geht's los, ich werde auch öfters auch wieder Horrorfield machen und so, wenn noch was Neues gibt's, ich werde euch einfach mal hier, und ja, ich sollte mal gucken, welche Läufe hier anpacken, dann stelle ich einfach hier überspringen und baue das, einfach nur Scheiße hier gerade, Scheiße intro Keine Nachteile ein construct. Läufe Oh, komm, wir brauchen sowieso noch éclaufe oh, ich hab das conteúdo auch nichtます, 3 4 4 5 5 6 9 10 7 11 12 13 16 Ich bin gespannt. Nein. Ich dachte schon. Ich wusste nicht. Warte. Warte. Soll ich schon mal mit dem WLAN gehen? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Wir schaffen Hunger wieder. Oh nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. Doch. Pfeff. Das ist halt schon mit Durst, aber Nice. Christall. Geil. Auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Like nicht vergessen. Habt heute einen angenehmen Tag. Und das nächste Mal bei der Aufnahme wird sowas nicht passieren. Ciao.